Fortnite ist tot. Fortnite ist offiziell gestorben. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Video auf meinem Kanal, meine lieben Freude. Und ihr seht es schon, heute der doppelte Upload auf einen Mittwoch, ziemlich geistesgestört. Es ist die neue Season da, deswegen müssen wir doppelt uploaden. Wir werden den Battle Pass jetzt freischalten. Alles freikaufen, euch alles zeigen und erklären, soweit es natürlich geht. Ich habe mich noch gar nicht reingefuchst in das Ganze. Ich habe mir noch nichts anschauen lassen und mich auch nicht spoilern lassen. Ganz wichtig, denn, ich will es selber mit euch herausfinden, dann gibt es natürlich auch das erste Gameplay von der neuen Season. Und dann würde ich sagen, vergesst nicht den Creator-Code Amar einzutragen. Erlänge mich auf Twitter und auf Instagram. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit den Highlights. Abfahrt. Ähm, Battle Pass erhalten. Erhalte zu jeder neuen Season den Battle Pass. Er gehört ganz dir. Monatliches Crew-Paket. Diesen Monat erhalte das Outfit Galaxia und passend dazu einen Stil. Ein Rückenaccessoire und eine Spitzhacke. Exklusiv für die Fortnite-Crew plus 1000 V-Bucks. Mitglieder erhalten jeden Monat 1000 V-Bucks. Werde jetzt teil und erhalte 1500 V-Bucks, mit denen du Dezember-Crew-Paket in einem Itemshop gekauft hast. Das ist ein Abo-Modell. Aber bevor man das abschließt, egal was man abschließt, bevor man irgendetwas abschließt, Chat, darf man eins nicht vergessen. Unterstütze einen Creator. Amar, alle zwei Wochen neu eintragen. Annehmen. Neue Season. Der Shop macht jetzt erstmal nichts her, das ist auch egal. Wir gehen wieder auf Battle Pass. Würde ich mich sehr drüber freuen, Leute. Nochmal ganz kurz zusammengefasst. Ähm, es gibt ein monatliches Abo von Fortnite selbst. Das kostet 12 Euro im Monat. Äh, vorher Creator-Code Amar eintragen. Und man kriegt 1000 V-Bucks im Monat. Plus den Skin Galaxia, Rückenteil und eine Spitzhacke. Und jeden Monat kriegt man anscheinend neuen Skin, Spitzhacke und so weiter. Und 1000 V-Bucks. Und in diesem Monat speziell kriegt man nochmal 1500 V-Bucks dazu. Wenn man Teil der Crew wird, 12 Euro im Monat, kriegt man auch den Battle Pass dazu. Ui. Ui, Memo, guck mal. Ui, der hat ja nichts an, Memo. Guck mal, Maschallah. Memo, Memo. Guck mal, die hat Leggings an. Uff. So, ausrüsten. Eine Erdkugel, die kaputt geht. Weiter. Eine Pferdespitzhacke, das Lama-Horn. Und 1000 V-Bucks. Hä? Ich sollte doch 1500 bekommen. Ich wurde gescammt. Mandalorian. Ey, das ist halt einfach so wie der Star Wars Skin. Das ist ein bisschen wack, finde ich. Und Beskar-Aufträge. Achso, durch Battle Pass kriegt man 1500. Ah. Man kann das dauerhaft auch kündigen, wenn man Bock hat. Da steht hier alles drin. Ja, monatlich kann man kündigen. Das ist chillige Musik. Aufstieg des Weltenverschlingerers. Okay. Ey, das ist richtig süß. Baby Yoda. Das ist so, das ist so wie Vedal. Wenn wir Duo Arena spielen. Dann guckt er da, mit seinem kleinen Kopf, guckt er so über meine Schulter, Ted. Versteht ihr das? Baby Yoda. Oh. Viel zu groß. Komplett wack. Oh, sieht okay aus. Okay. 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 Das ist geil. Ausrüsten weiter. Wer ist das? Reese. Immer auf der Suche nach neuen Trophäen. Ich glaube, Reese ist die kleine Schwester von Dings. Von Reese. So. Die Haare. Die Haare sind schon chillig. So. Wir gucken weiter. Ja, okay. Nicht spektakuläres bis jetzt. Auch nicht spektakulär. Wer ist das? Reese nochmal. Okay. Was ist das? Dynamo. Ja, okay. Auch nicht spektakulär. Auch nicht, auch nicht. Die Waffentarnung ist Legally Schmegally, glaube ich. Weiter, weiter, weiter. Und noch eine Spitzhacke. Ausrüsten. Einfach mal probieren. Und nochmal V-Bucks. Okay, chillig. So. Und jetzt können wir Level kaufen. Bitte nicht zu Hause nachmachen. Hatte ich gerade schon gesagt. Und. Ach, warte. So. Was ist das? Frühstücksflug. Wie ist das? Kaffee? Man-Cake. Boah, ey, wisst ihr zu wem dieser Skin perfekt passt? Zu Chinken. Das passt zu Chinken am besten. Oh Gott. Und der Chinkenglider direkt. Was ist das? Ein Schuss Sirup. Warum macht man sowas, Digga? Oh Gott. Scheiße. So, und dann gibt es nochmal in verschiedenen Stilen. Ja, okay. Verstehe. Wollen wir machen weiter? Was ist das? Jetzt. Ach, scheiß auf. Wer ist das hier? Maeve. Ja, weiß ich nicht. Das ist Dietrichs, glaube ich. Okay, Maeve ist einfach Medusa. Verstehe. Ne, ist nicht nice. Hä? Was ist sie? Ist sie Medusa oder ist sie ein Fisch? Und Condor. Den dürfen wir auch nicht vergessen. Das ist einfach... Der hat kein Gesicht. Digga, der raucht. Oh Gott, ich hasse Raucher. Der raucht einfach. Wir gucken weiter. Oh, was ist das hier? Alles klar. Okay, wir gucken weiter. Was ist das für ein Glider? Der ist nice eigentlich. Den kann man mal ausrüsten. Und ein Anime. Lexa. Ey, die hat... Die hat saved die kleinste Hitbox in Fortnite. Meint ihr, die hat die kleinste Hitbox in Fortnite? Warum ist die so klein? Ja, die ist ultra klein einfach. Uh, ich glaube, ich muss die spielen, Chat. Ausrüsten. Ja, warum verwandeln sich alle? Und wer ist das? Menace. Mmm, Menace. Einfach ein Gladiator. Ja, okay. Ja, okay. Irgendwie sieht das cringe aus. Wer ist das? Menace, immer noch. Toll. Und Menace kann auch komplett Gold sein. Viel zu groß der Skin. Feier ich nicht. Und Baby Yoda. Hä? Wo schwebt der denn dran, bitte? Hä? Wie groß ist denn bitte meine Hitbox? Guckt euch das mal an. Ist ja größer als mein Monitor, die Hitbox dann. Jo, ich wollte mal Baby Yoda ausrüsten und hab jetzt eine Hitbox wie... Weiß ich nicht. Und... Ja, das war's. Also ich muss sagen, der Battle Pass hat mich jetzt nicht so doll umgehauen. Um ehrlich zu sein. Ich glaub, ich werd... Ich werd fett oder so. Ich werd nur Koch-Streams machen jetzt. Ey, es gibt lila Pistol. Ah, wieder Stream-Sniper. Guck mal, schau. Lila Pistol. Oh, ihr seid... Ja, das wüsst nicht du. Ah, perfekt. Lade ich einfach. Komm, du musst tanzen. Perk. PC-Spieler war das. Fortnite ist tot. Fortnite ist offiziell gestorben. Ich glaub, Fortnite ist da wirklich tot, einfach. Ich... Ey, Vidal, bitte. Ne? Hör mir mal ganz kurz zu. Hau mir bitte in die Fresse, wenn ich nochmal ne Charge mitnehme. Bitte. Hör mir bitte einfach in die Fresse, wenn ich ne Charge mitnehme. Ich hab mir einfach auch selber in die Fresse, einfach nur einfach so. Wenn dir jetzt die Karte campen, spiel ich Fortnite nicht mehr. Dann wischen wir. Ey, Jungs, Digga. Geil, Mann. Ja. Endlich wieder neue Season, oder? Geil, Digga. Run in den Finish. Run in den Finish. Ich treff nicht. Man kann mit der Charge nicht treffen. Das geht nicht, du hast kein Auto in mit der Charge. Das hat funktioniert. Digga, kannst du mit den Schnauze halten, Digga? Keiner versteht's. Ja. Mann, 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 Mann! Wollst du von Owareki getötet? Mann! Mann! Ah! Hey, wirklich, ne? Ich bin gestern Abend schlafen gegangen und hab mir gedacht, oh mein Gott, ey, der Weltenzerstörer. Das wär so geil, wenn du die Charge-Shot ganz zurückbringst und die scheiß Spaß rausnimmst und die normale Pump auch. Das wär ultra geil, wirklich. Genau das hab ich mir gestern Abend gewünscht. Als wär Weihnachten gewesen, wo ich heute aufgestanden bin. Ey, Digga, du bist richtig cool, Mann! Hey, ja, schau mal ab und schau, Digga! Die Tricks irgendwie, die Overreaktion ist gerade ein bisschen, keine Ahnung. Nein, goldene AK, lilan Attack und RPG hat der Digga, woher? Das ist ja ein Gottsprodukt, nämlich. So, nee, ich schau mir das Düsseldorfer an. Hey, was macht die da oben? Nee, nee. Ich bin wieder da. Hau mich doch behindert. Ich hab den so ge... Noboss. Ey, ich bin competitive. Wie viel Gold hast du, Arma? 275. Ich hab auch 270. Kann man das bitte jobben? Wieso kann man das nicht jobben? Wo ist er? Hier oben. Wo ist die Gaunerin? Wo ist die Gaunerin? Wo ist die Gaunerin? Wo ist die Gaunerin? Ich bin aufgeschoben, ich bin aufgeschoben. Das ist über mir. Über mir! Ich hab einen genockt, aber. Nice, we do! Let's fucking go! Die will du hohen! Das ist die Double-K-Snipe. Ey, bau mal ne Wand, bau mal ne Wand, bau mal ne Wand. Yo! Nein, ja, was? Was? Gib nochmal her, ich werde auch bericht. Ja. Wie macht man das? Mit Schlagen einfach inszenen. Also ohne, ohne Dings, ohne Zoom. Jung! Ey, ich halte die Wand, ich halte die Wand, ich halte die Wand, ich halte die Wand. Halt mal, halt mal, ich mach's. Zack. Und dann, und dann quick go. Headshot. Ey, ich muss den Double-Keen. Ey, lass mich mal Double-Keen mit der Waffe. Bitte. Bitte, bitte, lass mal, lass mal, lass mal. Ja, mach, mach. Hau ihn zusammen. Der ist hoch. Hab ihn genockt, oh mein Gott. Jungs, 200 Meter. Amma, Amma, Amma. Die juckt das gar nicht. Die juckt das gar nicht, lass uns die mir dauernd zu fahren, aber weiter. Oh, ich hab ihn so abgestochen. Ich hab einen Finishing. Mancake ist tot. Nein. Wer ist Mancake? Den Typen, die ich rekrutiert hab. Ja, ich bin super gesprungen. Ja, ich bin gestoppt. Ich bin gestoppt. Ich bin gestoppt. Aber... Du bist nicht gestoppt. Du bist der Beste. Wie ich hab gemisst. Ähm, oben auf... ... auf der Wörzen-Scheiße, ja. Man kann zwar gar keine 180 geben, aber ich hab doch die 180 geben. Das ist der erste Sieg. Let's go. Let's go, dieses macht Spaß. Ja. Perfekt. Es gibt keine Spaß, aber dafür gibt es einen OP-Sniper. Mit Jetpack auch. Komm. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020